Kennt ihr euch eigentlich schon? Siehst du, Piroschka, das ist der Herr Student aus Deutschland. Angenehm. War lustig, wie ihn gestern hat geschirchtet. Was? Wovor hat er sich denn gefürchtet? Vor Gänse. Naja, so, da bin ich. Werden erleben, Herr Student, sehr viel Schönes. Geht fahrt 1. Klasse bis Saint-Miklosch, dann mit Pferd bis Miele. Piri muss alles erklären, Herr Student, kann Piri sehr gut Deutsch. Warum haben Sie denn gestern so getan, als wenn Sie mich nicht verstehen würden? Weil Sie haben so schön gesprochen. Nur habe ich nicht verstanden, was heißt... Bitte lassen Sie das jetzt. Du musst du zu ihr sagen, so ist ungarische Sitte bei jungen Leuten. Wie heißt er denn? Andreas. Ich werde ihm andinnen. Kann er tanzen? Nein. Das macht nichts. Die Piri wird es dir schon zeigen. Und du kannst sie dafür ein bisschen im Deutschen unterrichten. Magst du mir denn lernen Deutsch? Ja, natürlich. Warum denn nicht? Da staunen wirst du denn über Tempo. Fahrt sich heute mindestens 30 Kilometer. Arbeiten Heizer wie Teife. Holen Verspätung auf und kommen pittlich zur Miele. So sollten Sie mich mal zu Hause sehen. So sollten Sie mich mal zu Hause sehen.